Ähm, mal sehen, was der gute Schild-Liebhaber hier... Göttlich-Tanlos-Prasse-Lava-Schilder, du hast bereits 14 Schilder schüttet. Wie konntest du nur... Schäm dich was? 14 Schilder. Also wirklich. Hm. Tja, meine Lieben, ich hab keine Ahnung. Wo soll ich hin? Soll ich hin? Wo soll ich hin? Ich hab keine Ahnung. Ist es mir nicht egal. La 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 la. Schalala-Awa. La 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 la. Hallo, Marlon. Wie geht's dir eigentlich nachdem? Der Vater nun hier ist? Wieso ist dein Vater nicht hier? Ach, da ist der Vater. Marlon hat ja recht. Ich werde mich bessern. Ach, Tadon schläf ständig ein. Tja, das ist das Leben. Es ist Winter. Es ist Winter. La 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 la. So, Karte? Hm. Winter. Es ist Winter. Ja, es ist Winter. Und wir gehen jetzt einfach mal hin. Und gehen hier runter. Und ich bin dann dahin. Dahin. Wo ich jetzt bin. Nach oben. Nee, nach unten. Tauchen. Ach ja, tauchen. Genau hin will ich. Äh. Oh. Moment. So. Schon viel besser. Warte, wo war das jetzt? Nein, wir wollen ja nach oben. Häp. 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 Äh. Häp. Räkii. Hm. Hm. Ach Mensch, Rahel, hast du verlernst zu springen oder zu verlernst, die man Defekt hat benutzt? Äh, ja, hat er. Äh, äh? Autsch. BAMS! Au. Ja. Das hat wehgetan. Ähm, ja, schau mal hier um. Tauchen. Tauchen. Äh, Entschuldigung. Das ist nicht zu entschuldigen! Du musst nicht gehen! Lass mich doch alle inruhen? Ah, gehen wir ja. Hm. Marta! Oh, diesmal werden wir sie nicht verpassen. Oh, glaubt mir. Marta! Marta! Ja, ja, Ring! Oh, oh, oh. Ring! Fuck. Ah, jetzt ist es dir leid, aber ich habe ja mehr als vor. Nein, Ring! Ringichen! Ringilein! Ach, nee, falsch. Ähm. Wo war das noch? Äh. Äh. Ah. Ah. Ja. Boah, ich bin total falsch gegangen. Och, nee. Ich habe gedacht, es wäre hier, aber das ist ja schon irgendwie da, wo, äh, wahrscheinlich der Endgegnerhaus oder so. Also der Endboss von, vom Ende halt. Wo es das Ende vom Ende gibt halt. Oh, haben die mir jetzt wehgetan? Das war jetzt fies. Hm? Nee, hier ist auch nix. Wo war das denn noch? Ach, kommt schon, Leute. Irgendwo muss es doch gewesen sein. Also da war es jedenfalls nicht. Der Eingang zu den Ruinen. War es... War nicht da. Hier auch nicht. Aber der war doch hier irgendwo. Hm. Wir werden es herausfinden. Koste es, was da wolle. Au. Au. Kerne. Ah, da haben wir es ja. Lass mich in Ruhe. Wunderbar. Der Juwel passt genau. Passt genau. Äh. Der Juwel passt genau. Okay, und nun? Wir führen Schätzkarten. Oh, was schade. Es fehlt das X-Juwel. Das aussieht wie ein X. Hm. Ja, diesmal brauche ich ja Herzen. Jetzt darf ich auch die Büsche kaputt machen. Aber diesmal gibt es keine Herzen für mich. Nein. Ba-dang. La-la-la. Keine Herzen für die arme, kleine Fluffy. Das ist echt gemein. Findet ihr das nicht auch? La-la-la. Prat. Herz! Noch ein Herz! Äh, brauche ich nicht. Äh. Naja, was ist das? Aber es ist Herbst. Wieso hackst du auf der Ernte rum? Das macht doch keinen Sinn. Vielleicht taucht jetzt... Also jetzt erstmal etwas auf, nachdem ich halt da, ähm... Da halt die alle reingetan habe und so. Hier gut ist die schwarze Beste. Äh. Ja, super halt. Ähm. Tja, keine Ahnung. Was soll ich jetzt tun? Ich kann gerne auch mal die Füße spielen. Tja, keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Sorry. Keine Ahnung. Hm. Wenn's doch jetzt... Wenn's doch... Alle, äh... Fünf Ezenten aktiviert! Nee, funktioniert nicht. Tja, sorry, Leute, aber... Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt hier tun soll. Ähm... Wie komm ich... An das letzte Juwel, um da zum nächsten Dungeon, denk ich mal, zu kommen. Please! Äh... Sagt es mir! Ja, bitte. Sagt es mir! Sagt es mir doch! Ich hab keine Ahnung. Ich... Ich... Okay, ich... Ich hab grad ne Idee, aber ich, ähm... Ach, ich schalte noch mal nach. Hui! Also, ich weiß nicht, ob's... Äh, ob da irgendwie was ist. Ob man da überhaupt hinkommt. Oh nein. Nein! Sehr gut. Äh... Ja, ist schon richtig. SPRINGEN! So. Ähm... Ja. Jetzt laden wir hier rum. Und da hat ihn. Ja, bitte hat ihn. Und da hat ihn. Ab ins Wasser! Ab ins Wasser! Tauchen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Rahul, du bist sehr gut. Du hast es drauf. Mal Karte schauen. Jo. Hm. Ah! Oh Gott. Hm. Was ist das denn hier? Keine Ahnung, was das sein soll. Guck mal da hin! Hm. Naja. Was soll's? Also, meine Vermutung hat sich leider nicht bestätigt. Da kommt man nicht durch. Nein, da kommt man nicht durch. Wahrscheinlich kommt man dann nur durch so ein Subrosia-Tor hin. Ähm... Ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Und was ich jetzt tun soll. Und so. Ihr könnt es mir ja gerne irgendwie sagen. Und so. Wobei, mir fällt da gerade doch was ein. Ja, mir fällt irgendwie still nicht was ein. Ich weiß. Ähm. Da war doch so ein komischer Typ. Der uns mal mit Bomben durchbeschmissen hat. Ich weiß nicht, ob es in der verlorenen Folge war. Kommt man von hier aus hin? Ich glaub, von da aus kommt man besser hin, oder? Ne, Quatsch. Von da aus kommt man am besten hin. Hallo? Versuchende Stadt? Versuchende Stadt! Ja, wieso geht Floppy zur Versuchende Stadt? Oh Mann, die so dumm. Wieso macht die so'n Quatsch? Janine. Kratzen am Ohr. Ja, das tut so gut. Gut. Ah, du bist so... Feuer frei. Ja, genau. Da wird's halt immer bebombt. Mal sehen. Vielleicht. Ja, genau. Vielleicht können wir hier irgendwo runter. Vielleicht können wir ja irgendwie... Nein, das wollte ich nicht! Oh, ich bin so dumm. Ja, ja! Leck mich! Kommt man nicht auch irgendwie da rein? Hallo! 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 Nimm das in der SNS! Wow! Aha! Ich meine, ich wusste es. Der Kerl ist weg! Er hatte Angst bekommen. Oh nein, der kommt hierher! Schnell weg hier! Da sind wir mal gespannt. Geil! Ein, äh, sozusagen... Das sieht aus wie so ein Mini-Dungeon. Dann lass mich in Ruhe! Oh Gott, nein! Boah, da sichere ich doch mal schnell. Hallo? Einfach nur, weil ich's kann. Äh! Ah, du Nervensäge! Ah, du Nervensäge schon wieder! Jetzt ist ein für allemal Schluss! Ja, wir haben nichts getan! Dieses Mal ist mit dir... Ist mir der Sieg sicher! Ja! Äh, Moment, dieses Mal, wir haben's nie... Wetten, dass man die Bomben aufheben muss und auf dem werfen muss? Oh, wir sind tot! Juhu, tot! Äh, fortsetzen. Okay, ignorieren wir mal den anderen und holen uns Herzen. Schippe! Jetzt schippen wir uns Herzen, wir schippen uns jetzt Herzen. Schippen uns jetzt Herzen, wir schippen uns jetzt Herzen. Schippen uns jetzt Herzen, wir schippen uns jetzt Herzen. Da kommen da die Bomben und wir schippen uns Herzen. Oh, Moment. Schade. Äh, lass mich hin! Na komm. Ah, sehr gut, dass ihr da da oben seid. Wunderbar, jetzt habe ich hier freie Bahn, um Herzen zu schippen. Schippen, 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 schippen. Ey, jetzt ach nicht, hier sind keine Herzen. Ach, sehe ich jetzt hier kein... Kommt schon, Leute, mindestens ein Herz. Nix! Wow, ein mächtiger, heftiger Mega-Rubin, aber... Ah, Fee! Ja, so mag ich das! Genau so mag ich das. Wieso geht das Schild eigentlich nicht kaputt, wenn da Bomben... ... ... ...